Hey Freunde und mal wieder herzlich willkommen zurück bei eurem Julfa und mal ganz cooles Willkommen zu einem Video Ich habe keine Ahnung was das gerade war und ich muss mich zutiefst entschuldigen Ich habe schon eine lange Zeit darauf gewartet mal so ein Video wie das hier zu bringen Und ich dachte mir so langsam ist es dann mal an der Zeit dafür Denn so langsam tauchen immer mehr Fragen in den Kommentaren auch zum Beispiel sowas wie Hey Julfa, wie bist du eigentlich auf deinen Namen gekommen? Warum hast du mit YouTube angefangen und allst du anderes Zeug noch? Jedenfalls hatte ich schon vor ein paar Wochen die Idee mal so ein Video zu machen und jetzt mache ich es dann Beziehungsweise ist das hier nur eine kleine Vorstufe Ich werde dann so in ein, zwei Tagen von heute an ein Video machen wo ich eure Fragen beantworte Und deswegen hätte ich gerne dass ihr alle Fragen die ihr habt einfach mal unter dieses Video drunter schreibt Einfach alles was euch so in den Sinn kommt was ihr vielleicht wissen wollt haut da einfach unten in die Kommentare rein Und ich gucke mal dass ich dann die paar Fragen die da kommen beantworte so gut wie es geht Und ansonsten kommen ja im Moment echt extrem viele neue Leute auf den Kanal Und einfach mal ein ganz herzliches Willkommen an euch alle und ein wunderschönes Hallo Und noch ein riesen Dank an alle die halt immer da sind die die jetzt auch neu dazugekommen sind Und einfach die Leute die die Videos supporten die die Videos feiern und die einfach sich immer freuen mit ein neues Video Da ist einfach schon dieses Gefühl wenn man ein Video hochlädt und das einfach direkt Leute schon darauf warten dass man was hochlädt Das ist die Leute das ist so komisch zu beschreiben es ist einfach nur schön dass wenn man ein Video hochlädt Und man wirklich sieht dass es den Leuten gefällt dass die Leute das feiern dass sie es gerne gucken Und das macht macht es einem auch gleich einfach zehnmal mehr Spaß Videos zu produzieren Videos aufzunehmen Dann ist man gleich mit viel mehr Spaß bei der Sache und ja Leute Ein schönes Danke davor Ja Und eine von den Fragen die schon oft gestellt wurden würde ich dann auch jetzt gerne gerade noch in diesem einen schnellen kleinen Video beantworten Denn es haben schon einige von euch gefragt ob ich denn mal irgendwann einen Merchandise Shop aufmache Soll heißen ob ich T-Shirts mache mit irgendwelchen Logos drauf oder Autogrammkarten oder keine Ahnung Was ihr sonst so haben wollt Jedenfalls ist das im Moment so ein bisschen in the making drin Ich mach da gerade mal so bin da gerade als noch so dran nebenher immer wenn ich mal Zeit finde ein paar Designs oder Logos fertig zu machen dafür Ich weiß nicht genau wann der Fanshop Ich nenne es jetzt einfach mal Fanshop Merchand whatever Auf jeden Fall keine Ahnung wann das Ding online kommt Wie gesagt ich mache immer nebenher mal was wenn die Zeit da ist Äh Aber keine Ahnung wann genau es sein wird Dass da was online geht Ich werde euch dann nochmal dazu informieren Es wird bestimmt noch dieses Jahr passieren Äh aber wann Keine Ahnung Leute Und das war es auch schon wieder für dieses kleine Video Denkt dran die Fragen die ihr habt Schreibt sie unten in die Kommentare rein Behaltet sie nicht für euch Schreibt sie euch unten rein Egal was es ist Und ansonsten würde ich sagen Wir sehen uns in irgendeinem anderen Video Hier auf dem Kanal wieder Macht's gut Und Bis dahin